No, ey, bleibt einfach in der Nähe hier von dem Hauptquartier und dann passiert schon nichts. Ah, Creeper! Nein! Nein! Alle Kisten explodiert. Ach, die Kisten sind sowieso nicht so schlimm gewesen. Ist aber trotzdem irgendwie scheißen. Bäh, wie der mich erschreckt hat, Alter! Okay, wer hat die Kisten? Setz dich mal wieder. Boah, warte ich mal. Gar keine Kisten, boah. Ja, die sind alle kaputt gegangen. Wer von euch die Kiste? Ich mach hier mal zu. Boah, ey, wir müssen mal richtig aufpassen. Ja, wir müssen doch voll auf A4 aufpassen, Alter. Das, weil, äh, das hat man, ne, wenn die... Puh, ich dachte schon, dass... Puh, was machst du, warum gräbst du dich hier? Du musst dich auf Stufe 12, musst du dich Ding ins Graben. Ja, schon klar, aber ich bin ja noch auf, äh, auf der Suche. Ach so. Ja, wir brauchen noch Wasser für Wasser einmal. Okay, ich geh jetzt weiter. Ja, dafür brauchen wir Reisen. So, kann mal jemand, äh, ich mein, äh, Gold, kann mal jemand Gold abbauen, komm? Gold abbauen? Moment, Moment, ich komme. Wo bist du denn da? Wir sind alle voll in der Nähe, ne, ganz ehrlich. Ja. Wir sind alle zu dritt unterwegs, Mann. Wir müssen auch zu dritt, na, ein Ende sein, ey. Okay, ich geh jetzt. Hm, hm, so. Wo seid denn ihr? Mach, pass mal hier bei den Öfen wieder auf. Pack mal. DK, trag nicht alles mit dir, weil wenn du einmal stirbst, ist alles weg. Du hast die ganzen wichtigen Sachen bei dir. Scheiße. Okay, ähm, wo war das Wasser eben noch? DK, pack mal die wichtigen Sachen bitte in die Kiste. Okay. Weil wenn du einmal stirbst, Alter, das wäre richtig scheiße. Okay, hier ist genug zum XP-Fahren. Oh, ein Häpfel, da, da. Da, 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 da. Boah, schon Level 10. auf welcher ebene sind wir wir sind auf ebene 14 hier müssen doch irgendwo dir sein kann doch nicht sein dass gar keine diamanten sind hier sind doch die aus 566 diamanten sechs diamanten das heißt drei schwerter da ist jemand ist da jemand da ist schon einer das einer das einer nein 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 die kinder die weg 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 hier weg hier pass auf pass auf ich brauche kurz das eisener pass auf dass er mich nicht angreift wir hätten die vom bogen kraften soll ja machen wir auch gleich die körper so pass auf ich brauche noch nein ein glück war vorher hier sonst hätten die 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 das bekommen ja das war ich meine hier dann wird es werden nein ich mache hierzu geh weg warum willst du das zu machen können das er ja egal dann hören wir das oder sehen wir das weißt du ja was abgebaut ja kommen die her ich habe das einfach weg hier dass ich hier wir haben genug die das warte ich mache uns schnell allerdings hier warte ich muss die kohle noch abbauen okay komm schnell ich glaube er kommt er kommt er wie sind die hier schregen nein 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 das kommt schnell die diamant später machen oder was in der lava gefallen und dann wäre alles weg also wir brauchen wir brauchen wir haben kein wir haben kein dings scheiße man wir brauchen wasser wir müssen wir müssen dings machen ja ein charting lass sie erstmal töten erst mal mach erstmal einfach nur diamantschwert für alle habe ich zwei diamantschwerter die haben alle sachen von diamant drei diamantschwerter hier habt ihr eure so und jetzt ja auch panik hatte nur nicht wollen wir jetzt töten oder was ja jetzt warte moment moment ich nehme die hier habt ihr noch goldene äpfel gibt die goldene äpfel wer hat die die sind doch in der kiste da ja was so okay gibt mir ein paar ich will auch was okay jetzt heißt es jetzt einfach sinnlos töten einfach scheiße man moment ich überlegt gerade weil ich habe ein lava wir können in der falle stellen wir können den irgendwie eine falle stellen wir töten die sowieso wir haben eine ganze rüstung und ja aber trotzdem wer weiß was die haben alter die haben nicht alle ganzen rüstungen die sind schon das ist schon möglich komm schnell wir müssen da hoch scheiß man ich weiß nicht was machen sollen boah ich weiß nicht alter ich weiß das jetzt von irgendwo kommt wer ist das ach so da ist auch lava niemand lass mal lass mal noch mal zurück dass man noch ein bisschen was fahren ich will unbedingt ich will unbedingt entscheiden ich will unbedingt entscheiden aber das problem ist was denn das sind die bei town sind dann haben wir viel mehr als das und das ist schon viel besser würde ich sagen ey wo bist denn du ihr und die können von aller seite kommen das ist so unfair wo ich sehe sie doch auch boah ich bin so kohlesüchtig ne ich will unbedingt xp 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 haben hier weiter weiter mehr 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 gib mir mehr alter die kommen immer näher ne wo sind die wo seid ihr man wo seid ihr so jetzt komm lass die töten mann einfach killen oder was die sind nur zu zweit warte mach doch die mannschaft weg dann sehen die es erstmal nicht und dann oh fuck die sind über uns ok wir dann fallen die runter dann bauen wir ab und dann boah ich weiß nicht alter warum die jetzt einfach angreifen oder was ja voll verwirrend die sind beide auf die dreisen auf einer anderen verschiedenen ebene ne mann ey lass mal hier weg ich höre da passiert irgendwas und dann nix gutes nix gutes ja ich will hier jetzt aber auch nur zu drängen gehen ich will auf jeden fall ja dann kommt mit dann lass uns alle nur zusammen gehen lass mal kurz noch ein bisschen hier die finden unser Ding jetzt nicht genau unser Hauptkotter ja dann lass zum Hauptkotter wieder erstmal zurück aufpassen 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 boah alter boah ich wäre beinahe ein Lava ja boah das wäre gar nicht gut das wäre überhaupt nicht gut was haben wir hier noch wichtiges vor allem weil ich die befürchtung habe dass ich von Afrono nicht sterben werde so ich habe jetzt hier mal so ein bisschen lass uns mal überlegen wie wir denen jetzt eine Falle stellen können ja ich würde sagen mit Lava ne die kommen zu uns wir machen Lava einmal die brennen wenn die gleich hier runter kommen ne da sind wir irgendwie weil wir haben doch genug Lava oder nicht ich habe nur ein Lava einmal ey wir brauchen unbedingt Obsidian ey ich will unbedingt so ein scheiß Table machen ja wir haben auch nicht genug Diamanten dafür ne deswegen müssen wir ja ein wir brauchen wie viel Diamanten brauchen wir dafür ähm vier Stück in der Regel vier ja zwei warte lass mal hier die wichtigsten Sachen rausnehmen nicht dass sie das nehmen und dann Cobblestone die ganze Kohle und das Holz nehmen wir mal raus solche Sachen boah voll Adrenalin die alter so Fleisch wird gegrillt hier ist eigentlich ganz normal ne aber nein man weil ich bin ja in der Aufnahme deswegen und ich will die nicht so schnell beenden also das für ihn ab Lava einmal das macht nein da ist ein Smaragd na egal komm Amos Mard wir brauchen auf jeden Fall noch ein Dia oder so ey bitte lass mal lass mal zusammensuchen dabei und sobald die Form ein von Lava einmal stellen einfach nur killen alter alter derjenige der den ersten Schlag hat hat so gut gewonnen ja müssten die einfach als erstes treffen dann haben wir gewonnen ey so so geil wenn wir gewinnen würden dann wenn wir noch zum Tritt drauf gehen ey da haben die hier lass uns mal hier so ein Platz suchen wo wir jetzt weiter nach dir suchen ja du weißt ja es gibt so ein anderes Team ne aber das killen wir auch das ist jetzt nur so ein nur noch 15 Team hier ey können nix Kein Spaß warte guck mal hier ob da so Diaz sind an der Seite oder dann können wir die ja warte ah scheiße ich hab hier lass uns mal hier runter bauen da vorne ist Lava hat jemand ne Picke ne Picke da keine mehr ich hab ich hab Eisen und ähm Dings da das heißt ich könnte jederzeit eine machen warte hier ich hab noch eine benutzt die erstmal hier lass uns mal hier runter weil da vorne ist Lava da könnten noch auch Diaz sein Lassen ich höre Lava deswegen baue ich mich hier runter ok Diaz lol wo wo ey ich baue auf Diaz gefunden warte 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 alter miese kacke man boah ey wenn wir daraus keine Dia-Rüstung machen dann weiß ich auch nicht ja komm lass jetzt weiter hier 6 Stück wieder warte lass noch ein bisschen weiter suchen ähm noch weiter finden können wir noch geil man warte wir haben jetzt schon einen hier gefunden also finden wir jetzt auch mehrere Diaz hier lass uns mal runter hier warte warte ich gab mich noch mal runter also welche Höhe sind wir überhaupt wir sind hier bei Höhe also ich seh ich schon Bad Rock ja wir sind viel zu hoch wir müssen ein bisschen runter kommen ja hoch ok Alex kommst du mit mir oder ja klar ich hab ein bisschen Angst hier ja die sind nicht meinen oder ne also nicht so gefährlich ok da würde ich sagen ich baue mich hier einfach ich baue mich hier einfach ich baue mich einfach hier weiter ne ja ok ich bin gleich bei Bedrock wer weiß vielleicht kommt ja was vielleicht auch nicht hier müssten irgendwo Diaz sein lass uns mal nach einer Technik suchen es gibt ja diese komische Technik ne wie man Diaz gut finden kann kennst du die oah Level 15 geil Technik ist das auch ne ey wenn ich jetzt einen Schaden könnte ne ein Dia-Schwert boah ich hab Level 3 Level 16 heftig wo bist du denn hingegangen achso ok ja dann baue ich mich auch hier auch in die Richtung mal sehen ob ich was finde wo seid ihr jetzt überhaupt wir sind einfach da bei der Glasmann wir haben uns da nur ein bisschen runter gebaut ok ich komm mit Eisen brauchen wir gar nicht mehr ne denn wohl nix mehr zu sein auch dafür Werkzeuge ich sehe euch gar nicht also hier habt ihr euch runtergekommen ey wir haben gar keine Fackeln mehr wir haben gar keine Fackeln mehr doch sag pass auf über dir ist Lava ne ihr seid viel zu hoch über mir ja scheiße 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 bei dir müsste Lava sein so wo ist denn Dieke hey Dieke wo bist du hergekommen warte mal Moment 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 ich mach mir ein paar Stickies da guck hey da war wirklich Lava hier ist Lava dann brauche ich mich noch ein bisschen weiter ey ich höre die Lava auch manche müssen irgendwo noch Dias sein wenn wir das machen ey wenn wir das so machen würden dass wir nach der alten bekannten Methode machen dass wir jetzt einfach hier ein Wasser hin tun mhm und dann nachschauen wo hier Diamanten sind das geht auch das stimmt und was hin tun? Wasser und dann den immer aufnehmen so hab ich da gemacht ach so ja genau ach so bei einem Lava See ja genau jup aber wo seid ihr denn? lasst du nämlich mal mitkommen bau mal die Lava war jetzt aus hier versuch mal hier lang zu gehen wow hier ist ein Silberfisch ein Silberfisch das kann nein hier sind mehrere Silberfische was könnte das sein? ein Dungeon könnte das ein Dungeon sein? warte ich komme auch mit euch da lang ich weiß ich hab kein Essen mehr ne? ich hab noch was hier pfu wir müssen noch paar Dias das ist doch so ein Silberfisch ja jetzt ist es auch für äh also äh Minimap ist äh die ist die ist toll also ich hab gehört Alter und ich wollte grad nur Silberfische dreckige Silberfische nur zwei Stücke aber eigentlich Level 17 schon ey wenn wir eins Level 30 oder so entchanten können boah aber wollen wir dann das Schwert das noch das machen wir ja wie machen wir das denn jetzt? hat abgebaut entchanten die da für sich selbst sein Schwert oder ok ich würde sagen der mit dem höchsten Level oder ey wenn ihr Silberfisch aber wie viel Level habt ihr denn jetzt? ne neben Silberfisch sind immer Diamanten ja welches Level seid ihr denn jetzt? ja direkt neben dem Silberfisch Block war ein Diamant Block heftig aber eure Rüstung müsst ihr selber enchanten so mit Level 1 und 2 das mach ich dann auch so ein bisschen nur damit der Schutz 1 ist und so warte Dickey dann gehe ich 1, 2 weiter weil wenn er die ja wären dann würde man die sowieso sehen weil die ja 2 Blöcke breit sind immer boah ey wenn wir die nicht zerstören dann weiß ich auch nicht ja wir gewinnen locker wir haben das Glück auf unserer Seite ja man ok ne Höhle hier waren wir schon mal das ist irgendwer von euch hat nen Ofen mitgenommen ne? nein aber ich kann einen machen also ich hab noch 2 Geräte ja ok warte 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 w